Iss mit und trage bei. Jeden Tag das Gleiche. Gegen Mittag kannst du dich kaum noch konzentrieren. Wenn deine Nachbarn dir eine Pizza mitbacken würden, das wär's. Wie das gehen soll? Die Pizza entsteht dank vieler freiwillig tätiger Menschen. Karin hat noch Pilze übrig. Benni arbeitet auf einem Bauernhof und steuert unverkauftes Gemüse bei. Mehl und Käse werden eingekauft. Das Geld dafür wird einem gemeinsamen Spendentopf entnommen. Maria fährt mit ihrem Lastenrad los, um die Lebensmittel abzuholen. Die Pizza für dich und viele andere kann nun gebacken werden. Iss mit und trage bei. So funktioniert's. Die App schlägt dir Tätigkeiten in deiner Region vor, die du freiwillig machen kannst. Die meisten Vorschläge interessieren dich nicht. Aber vielleicht möchten andere Menschen diese Aufgaben tun. Auch einkaufen magst du nicht. Aber mit dem Lastenrad Dinge abholen und ausliefern klingt gut für dich. Erst recht, wenn man mit einer Pizza eine Freude machen kann. Mach mit und bald werden in deiner Region immer mehr Leute füreinander kochen. Freiwillig, weil's gutes Essen und Anerkennung gibt und Menschen miteinander verbindet. Die Iss mit App ist erst der Anfang. Die dahinterstehende Software macht zukünftig noch ganz andere Kooperationen möglich. www.issmit.app Mach jetzt mit beim Crowdfunding. Die Untertitelung des ZDF, 2020